und es sind immer 30 ok und los auf die Suche Plätze auf die Suche Fertig Plätze auf die Plätze Fertig Los so gucken wir mal mal sehen wo ich alles hier auf Skulltunast finde für die Dinger brauchst du Käfer ja das hab ich mir schon gedacht das ist wie ein Ocarina of Time ja genau wie komm ich denn da ran einfach nur unten oft also stell dich davor und dann den Käfer raus freilassen richtig auf die Käfer Fertig Los du hast es heute mit deinem Wort wissen und normalerweise kriechen die dann da rein und ja da kommt eine Skulltunast raus weil die Skulltunast siegen und ich glaube es sind zwei in diesem Ding ich bin mir nicht hundertprozentig sicher aber ich glaube mit zwei wenn nicht kann man immer noch welche holen so dann weiter da hinten ist auch noch eine ich glaube hier war auch in diesem Ding an einer von den ganzen Säulen kriegt auch eine hoch und runter ja ich muss einfach mal gucken ich werde schon was finden ich weiß nicht auswendig ich weiß nur so ein paar Sachen halt noch das ist wie ein das klappt schon aber wie gesagt 30 Stück sind es halt ja sind es jetzt noch 27 jo so da ist keine drinnen da ist eine dran da ist eine so so ich gucke mich erstmal auf dem Boden um und wenn ich ja klar auf jeden Fall ja ich will doch einen Raum nach dem anderen machen gemütlich und nicht bitte bedienen sie sich in unseren frischen Quellen was zu sehen vielleicht ist dem Schild auch eine so ich kann man nicht so auf jeden Fall zum Klick bin ich kein Sünder Schild mehr im Verlösen und wollen ich sehe noch ich sehe es noch welche auf jeden Fall aber wenn du die jetzt nicht ganz kriegst ähm wir kommen nachher auch oben hin nochmal das wird schön von da aus kriegt man die sicher ja oder so so da ist meine da ist seine das ist wahrscheinlich die Idee, die meint es von wegen die hoch und runter ja genau kraxelt so so kommst du nicht hoch genug ich komm nicht hoch genug von der Position aber hier so das war die 6 da 2 von 6 ich will es aber immer noch rascheln ja wie gesagt du kannst auch ja ja wenn ich wieso noch oben und langkommende wenn du wahrscheinlich oben noch welche sein ja auf jeden Fall jetzt muss ich gucken ob in den Winden links war da nicht auch noch eine ah ne das war eine Blume so so gucken wir uns nochmal hier um ah da ist auch eine Blume okay das sieht aber von hier aus sehr vollständig aus für hier unten ja ich guck jetzt nochmal auf der Seite hier und wenn hier noch rechts ist dann würde ich sagen gehen wir den nächsten Raum Mio ich bin ich weiß ich bin es ist für diesen Dinger los ich stehe ich dir voll Sack um nun das zum Lied bekommen es ist die Klinik das Lied des Erwachens ja das ist auch das ist er die Städte spielen das soll ich nicht probiert aber oben links oben aber rechts probieren wir das zu behalten oben links oben links aber rechts ab ok ja ich brauch die Okawina noch jo das wäre nicht schlecht auf jeden Fall so links oben links oben links A rechts A d das klingt richtig ja Prozent 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 die Tasten Sucherei Prozent Prozent ich bin an das ist nur für die Blume gewesen ja ja dass du dann hochkommst was sind jetzt dahin irgendwie in der Erde verschwunden okay das klang nach das Kultus und jetzt weiß ich in diesen Vasen sind auch noch ein paar da musst du einfach so dagegen rollen oder mit dem Gerone draufhauen das kannst du versuchen das weiß ich noch nicht mal das ist eine gute Idee weil du triffst auf jeden Fall mit dem Geronen besser als mit dem Rollen da scheint keine ich weiß nicht auch nicht in welcher ich weiß nur dass in Vasen immer aber ich würde einfach mal mit dem Geronen jede Vase einmal abhauen und dann erst mit dem Rollen probieren weil mit dem Geronen ist schon einfacher denke ich Prozent und es sei dann wohl nicht zu funktionieren und stimmt was er doch ja okay man muss freuen die er hat sie tun und und da noch einmal als wir noch eine fehlen dann wissen wir wo wir hin müssen dieses grüne Ding das sieht doch komisch aus klar sieht's komisch aus will trotzdem was von oben weil sonst möchte ich das wieder machen mit dem Lied ich glaube der bleibt weg das wäre unlogisch wenn er jetzt danach wieder kommt die kommt runter und die kommen alle in den Ding kommen die alle runter weil hier ist halt der Anteil an der Haken eigentlich nur nicht von Nöten Prozent sicherheitshalber Vorsichtshalber ich hab's mir schon gedacht so okay aber man hört noch was oder ja ja das da ist es sieht verdächtig aus ich glaub nee auch das Auge der Wahrheit ist hier eigentlich nicht von Nöten ich höre auch hier noch was scheint vielleicht doch nur Wandmalerei zu sein ach das kann ja und da wartet sich schon die Olle so dem Raum bin ich fertig ja man hört nichts mehr das ist eigentlich auch jetzt um lang ja klar aber ich gehe erst mal die unteren Räume ab ich wollte es nur gesagt haben ja und ich gehe das einfach nur systematisch durch jo dann weiß ich auch 100% in welchem Raum ich schon überall war und falls du das System verlierst dann bin ich immer noch da ja das stimmt aber ich weiß was du meinst ich hasse diese Dinger hier eigentlich auch immer da ist zum Beispiel wieder was zum Käfern äh ne das ist was zum Erbsen ach so das müsste dir eigentlich auch noch eine Idee kommen ähm wie meinst du das naja die wächst ja jetzt nicht von alleine ja ich brauch Wasser mhm und deswegen ja ich wegen der Quelle da die frische Quelle richtig da stand hier extra frisches Quellwasser bedienen sie sich naja mach ich schon erstmal werden wir hier erstmal versuchen so viel wie möglich rauszuholen aus dem Raum ist kein Problem Quellwasser kann ich mir immer noch holen stopp Kiste ich glaub sogar ähm die die oh da war links ja ja die hab ich gesehen ja hast du gesehen hast du gesehen ja aus dem Augenwinkel und erwischt so das war nur 14 die Hälfte haben wir fast so da oben ist auch einer drauf mhm ja links war halt eine Leiter oder genau mhm ist vielleicht einfacher ah jetzt erinnere ich mich auch wieder die Blume ist auch wenn du jetzt ähm um die an der Wand da oben einzusammeln ok die müsste also die Blume müsste dann der Wand lang fliegen weil du hast ja normalerweise wie gesagt das kannst das alles ohne Interhaken machen und und es gibt ergibt sonst keinen Sinn kannst gerne mal probieren ob es nicht anders ist aber ich bin mir ja es ist äh nicht so wilde sage ich mal ich denke ich denke du hast schon recht aber jetzt fällt mir jetzt einfach so ein wie gesagt ich weiß ich wusste noch dass man zwei Bohnen und zwei Käfer braucht für den Ding aber das war es dann auch schon ich wollte einfach bestmöglichst vorbereitet sein ja ja das passt schon und du hast ja auch das Geld rumliegen wie sonst nichts gutes naja wenn ich irgendwann mal wirklich was für 4000 kaufen muss dann so ähm ja dagegen geht es leider nicht bringst du jetzt nochmal runter mhm ich wollte noch den Raum nehmen ok ich hätte jetzt gedacht dass du jetzt oben machst ne ne ich bin ja unten noch nicht fertig aber in dem Raum eben war ja jetzt nichts mehr oder ich hab das auch nichts mehr gehört nicht wirklich ne ok wenn dann guck ich einfach nochmal nach wenn ich nur noch eine Skulltooler brauche freut mich ja bloß im Rascheln nachzurichten richtig so das war die Nummer 18 da oben ist eine das ist die Nummer 19 n ähm hä ok das hat irgendwie komisch ausgesucht das war eine Skulltooler von Nahen Ja, aber auch weil die irgendwie verschwunden ist, einfach wieder. Ja, einer ist noch da. Einer geht noch. Da ist bestimmt noch eine drin. Hä? Nein. Sieht nicht so aus. So, komm ich hier auch irgendwo hoch? Ja, müsste. Aber so sieht bisher nicht so aus. Und ich höre auch gerade nichts mehr. Hm. Also vielleicht komme ich in dem Raum wirklich nicht weiter, wenn ich unten bin. Hier links? Hier war auch sonst nichts mehr, oder? Komisch. Warte mal gucken. Vielleicht kommst du von oben rein und dann kannst du von oben weitermachen. Ja, es ist weiß. Wasser. Ich muss es hochhalten, es ist so selten. Er hat was hin, seine Flasche. Nein. Er wird Ganon darf besiegen, absolut. Als ob Ganon darf jeder für den Bus ist. Ja, ist doch egal. Er wird sie alle besiegen. So, jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal an. Er wird sie alle töten? Nein. Wie kann ich jetzt wagen? Wie kann ich jetzt wagen? So, vielleicht bin ich da ein bisschen. Ach, ich denke, du hast recht, da kann ich jetzt praktisch hier an der... Ja, das ist für die Skottula an der Wand. Jo. Gut, Thema erledigt. Wie gesagt, es ist halt... Du musst einfach bedenken, dass du normalerweise den Endhaken nicht hast und das ist alles möglich zu holen. So, jetzt fehlen noch Zehenskultulas in Hammers. Ich höre hier wirklich keine mehr Erraschung, als definitiv ist das hier leer. Aber hier höre ich auf jeden Fall was Waschern. Gucken wir uns mal um. Jo. Da sind ja noch genug Sachen, Vasen. Blumen. Da ist schon mal eine. Und auf der anderen Seite ist doch bestimmt auch eine. Jetzt ist es auf jeden Fall wieder still. Ich würde trotzdem einmal rüberfliegen zum Gucken. Ja, ja klar. Das hatte ich ja jetzt vor. Schaffst du das in einem Ding oder denkst du, du musst... Nein, jetzt müsstest du in einem Ding schaffen, ohne. Das würde kein Problem sein. Ja. Ihr crashelt es wieder. Ja, das hat doch gerade eben noch ihr crashelt. Hier brauche ich auch noch. Ja. Auch nochmal, ja. Das ist ja vorsichtig, aber habe ich den Käfer mitgebracht. Ah, sehr schön. Wobei hier oben im Raum nebendran ist ja auch, sind ja wieder... Käfer... Käfer... Aber gut mitgedacht. So schnell kann man sich irren. In den Vasen war keiner. Aber in die Richtung ist auch keine Tür mehr. Ich muss jetzt auch nochmal im Protokoll wägen. Dann nochmal zurückfliegen. Ach okay, die Säule, die Blume auf der Säule, die ist um die Skulltüller, die an der Wand war, ähm... ...zuholen. Gut, also hier höre ich nichts mehr definitiv. Das könnt ihr doch noch von einem anderen Grund haben, wie die Blume auf der Säule. Aber wobei, es sieht nicht so aus, als wäre da noch eine Tür. Nee, nicht wirklich. So, dann gehen wir hier nochmal rein. Guck mal, jetzt mal da hinten. Ah, oben. Ja, ja, hast du gesehen. Da waren auch noch Bienen. Ich hab's gesehen. Und hier hinten ist nämlich noch eine andere Tür. Und das ist dann für den anderen Raum oben. Okay. Ich hätte nämlich auch jetzt gedacht, dass die Tür in den großen Raum führt, aber dann... ...ergibt jetzt alles einen Sinn. So. Nichts. Ich geh immer von unten ran. Es ist einfacher, wenn du ganz nach oben ziehst, oder? Jo. Ich sag nein. Hab ich mir schon gedacht. Ich sag auch, die nächste, da ist wieder eine drin. Sind das Bisschen? Sind das Bisschen? Nee, die Schmetterlinge. Nee, das sind Bienen. Das sind Bienen. Alter. Aber die machen nur ein Viertel Schaden. Ist ja krass. So. Weißt du, ich mache Bienenwaben kaputt und ich sag so, sind das Bienen und du so, nö, das ist ein Schmetterlinge. Aber es hat es ausgesehen wie diese Motten aus dem Sumpftempel einfach deswegen. Ich habe das einfach nicht erkannt. Ja, aber komm, das war doch fast schon logisch, dass da Bienen rauskommen. Ja, äh, Logik, Spielelogik, hatten wir das nicht gestern erst? Ja, schon. Für die Zuschauer ist es wahrscheinlich nicht gestern. Aber, äh, doch, bei mir ist der erste Part hochgeladen. Ach, nee, stimmt. Stimmt, stimmt, wir hatten das, das kam erst viel später. Stimmt. Für die Zuschauer wird das, wenn sie von dir und bei mir gucken, wird das eher so überübermorgen sein. Das hatten wir doch überüberohrungen erst. Ja, ja, schon klar. Wobei du bedenken musstest, dass das hier auch schon der zweite Part ist. Echt? Sind wir schon? Ja, ja, wir sind schon bei abgerissen Minuten. Ja, dann eher übermorgen oder so. Mal gucken. Okay, da war nichts drin. Aber da ist nochmal zum... Pflanze! Ich hoffe, ich habe mich mit den zwei Bohnen nicht vertan, dass es mehr als zwei Bohnen sind. Auf jeden Fall sind es jetzt nur noch sechs Skulturas irgendwie und ich weiß gerade nicht, wo die restlichen drei, äh, Sechse sein sollen. Also lange, da geht es ja noch in der Mitte ja auf jeden Fall durch, also ein Raum kommt bestimmt noch. Naja, dann könnte es noch hinkommen. Aber sechs, doch eigentlich schon sechs pro Raum, eins, zwei, drei. Vier, es gibt fünf Räume. Das sind ungefähr sechs pro... Naja, passt schon. So, hier ist auf jeden Fall nochmal ein Sicherheitskäfer. Ja, ich habe einen Kiefer gefunden. Ähm, auf jeden Fall, da kriecht links ein, hast du gesehen? Genau geradeaus in Richtung Fackel. Dahin, rein in die Richtung, da ist, hat alles eine gekrochen. Ja, die habe ich gar nicht gesehen. Ja, ich habe ja Unsinn. Ich glaube da in dem Ding, ich würde vielleicht als Deku so im Kreis irgendwie rumdrehen. Ah, das ist vielleicht gar keine so schlechte Idee. Weil dann, du hast dann eine größere Hitbox. Da war auf jeden Fall nur eine. Ich drehe noch einmal eine Runde. Ja, auf jeden Fall. Ja, okay, das ist leer. So viel ist gut, das fehlen noch und es müsste hier noch nach oben gehen. Na, guck mal oben. Auf jeden Fall sind welche im Baum. Ich sehe auch noch Bienenwaben, also... Es sollte sich ja erklärt haben, wo die Restlichen sind.